Die kippt nicht wegen jedem Scheiß. So. Was war das jetzt hier? Ranked Games. Irgendwer hat er doch schon geschossen gehabt. Ich höre Kampfgeräusche. Oh, das ist ja der... Der, 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 der... Boah, das ist ja der, der, der... Der Transformer-Skin von... Ganz lustige Scheiße. Äh, komm. Was ich da schade finde, ist, dass der... Worauf habe ich denn eigentlich? Da. Was er da hat. Too much. Das Kleiner, kein Problem. Hier lang. Okay. So. Ich habe ihn auch mitgeteilt. Ähm. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen euch. Die Jagd geht weiter. Ich, äh, brauche Hilfe. Ich bin die Schreine alleine. Scheiße, statt frei weisen. Und da ist auch noch ein Weg in. Die Schreine. Geil, Charles ist auf dem Weg zu mir. Ich wüsste aber nicht viel. Mann, ist ja dumm. Äh, ja, genau deswegen brauche ich Hilfe. Hier läuft mehr als einer rum. Oh, noch ein Healer. Geil. Ja. Ja. Oh, noch ein Healer. Das ist sowas von typisch. Ein Healer und... Oh, jetzt haben wir es. Schön. Ich breche auf. Oh, scheiße, mein... Wie ändert das Mana? Okay, wir brauchen noch mehr Vampirangriffe. Na, endlich. Kann ich mir endlich mal leben, wie wir da regenerieren. Mana wäre allerdings noch interessanter. Ich mach mich mal auf den Weg. Erst in die Mitte. Okay. Ich bin irgendwie mal back. Und dann... Arschloch. Das sollte ein Backport werden. Ich möchte mich einfach ansehen, was ich da. Schnell und lautlos. Schnell und lautlos. Ist da... Hä? Warte, wo ist der Gnett Hammer? Ach, hinter... Hinter dem Symbol. Ich bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Krieg aber wahrscheinlich gleich auf die Fresse. Ich dachte... Ich dachte, ich hätte Eric gerade vor meiner Nase. Das Problem ist... Ich komm da nicht ran. Moment, ich muss mir auf der Reich. Ah, scheiße. Er fiebt euch wieder und recht euch. Wow. Äh... Wo-Wi. Ähm... Hm. Gute Frage. Also Warcraft habe ich gespielt. Ähm... Äh... Bei welchen Teil? Ich glaube, 3 und Frozen Throne war die Erweiterung oder so. Da bin ich ganz sicher. Ähm... Oh, falsch gedrückt. Scheiße. Ja, durch. Oh, wir haben endlich den Drachen. Gut. Ähm... Ja, also Frozen Throne. Das Spiel, was dazu gehört. Ja, das habe ich irre. Ähm... Oh... Kickt die doch nicht weg. Lass die uns doch killen. Lass die uns doch killen, verdammt nochmal. Was ist denn los mit ihr? Unglaublich. Was ist denn los mit ihr, wenn die Leute killen? Wo-Wo ist der Drache überhaupt hin? Ist der oben? Äh. Die Zeit verhindert. Ja, ja. Brüll du nur. Okay. Jetzt habe ich irgendwann kein Zorn gemacht, ja? Irgendwie die maximale Anzahl an der Arm. Äh... Wow, 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 wow. Was ist denn hier sehr... Pass ab. Oh nein. Jetzt hatte ich den einen Platz. Bei 10 Stapel haben hast du wirklich die Bewegungsgeschwindigkeit. Aufholung. 20 insgesamt. Ähm... Ne, da, das wollte ich. Da. Ah, Mann. Jetzt wollte ich nur mal kurz reinhüften. Alle abknallen. Wieder zurück. Oh, Alter. Was ein Kredel ist das? Wo haben wir eigentlich? Oh. Spät ist es wieder. Spät ist es, was? Und nehm ich mal die Streu-Ulti. Ja. Wird nicht viel rausgehangen, hat er das nicht? Äh. Schon wieder. Ja. Ich breche auf. Bei denen sind... Ah, was ist denn das? Erik ist tot. Hm. Eins. Der Drache wartet. Befreit ihn. Und vernichtet eure Feinde. Ich habe meins übernommen. Ich habe meins übernommen. Warum ihr nicht? Gut. Weitere mal. Der Drache. 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 Da. Da, 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 da. Da. Ich hoffe, da oben ist keiner. Von Dregion? Was? Wir werden zu Arsche zerfallen. Äh, wie wir das mit den Angraben ziehen. Äh. Der Drache. Der Drache. Der Drache. Nein, 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 nein. Ich hab's doch in der Drache. Das wird einfach nicht lernen wollen. Ja. 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 Ich hab's ja... Gut gemacht. Aufwand. Mein Respekt. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Haha. Ach so. Hm. Ja. Also. Ich hab... Ich hab die... Die... Ähm. Baa. Ich hab Warcraft gespielt. Nicht World of Warcraft. Das ist ja... Die... 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 Offline-Variante eigentlich. nicht... Also. Ähm. Ich hab das ganze offline gespielt. Soweit. Mit... Mit... Arthas. Und... Mit... Mit... Ah. Wie war das? Ähm. Arthas. Wo der... Wo der... Wo Arthas... Zu Arthas wurde. Weil er böse wurde. Und... Ähm. Wir sollten dieses... Wir sollten dieses... Wir sollten dieses... Wo man dann... Gegen... Weiter so. Oah. Gegen wen muss man... Das ist ja auch eins... Der ersten. Das ist Frozen Throne. Ja. Die Erweiterung. Es ist... Ja. Es ist... Es ist älter. Warte. Hm. Habe ich mal am Anfang... Bei... Bei meinem Freund gespielt. Das war... Ja. Das war... Acht. Neun. Ja. Also. Fast... Ziemlich so lang wie du spielst. Naja. Und ähm. Naja. Also. Da habe ich deswegen gespielt. Fand es cool. Und habe ich mir jetzt nochmal besorgt gehabt. Und... Dann jetzt hier... So gespielt. Der Drache soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Da hin. Da hin. Da hin bin ich unterwegs. Einer muss da hin. Komm schon. Jetzt lad den Scheiß hier auf. Komm schon. Einer muss doch... Was? Ich habe ja gar nicht viel Dings. Oh. Oh. Okay. Ich brauche gerade mal. Alter. Wieso holt sich keiner da oben das Dings? Was? Es ist doch einfach... Der Pfad... Der Pfad... Euer Gegner... Wird zugrunde gehen. Hm. Zweite Auflage. Das ist immer schön. Das ist immer... Bitte. Das ist mal schön... Nein. Ah... Das ist immer... Ich brauche aus. Und das ist das immer... Das ist... Ich brauche... Ja, ich weiß nicht, die Online-Variante muss ja irgendwie mit der Offline-Variante konform gehen. Deswegen wird er sich da wohl doch ein bisschen ähneln. Aber was genau da jetzt ist, ich glaube, es war einfach Warcraft 3. Ganz simpel. Ganz simpel Warcraft 3. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, wüsste ich die Akolyten befreien, die als Dorf-Corona gecharnt im Dorf waren. Später, da hat man dann auch zu enttäuschen können, spielen können. Was hast denn du jetzt? Wow. Und raus. Danke. Danke. Ähm. Ist das gefahren? Nee, wo ist der Hälfte? Ich bin schon gefahren. Oh, ja. Oh. Mann, wird er langsam fliegen. Schön, sie haben ihn erwischt. Äh. Ich hoffe mal. Okay. So ein kleiner Maxi, fertig. Ah, der Boot. Ach, warte. Der Boot wird mal klein. Dann aber alle wieder da rauskommen. Stimmt, wir sind danach mitgenommen. Nacht erfüllt die Schleine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Ja, das klingt logisch. Das Erweiterung, dritter Teil. Müsste eigentlich hinkommen. Ähm. Ja, muss das eigentlich sein, klar. Der Pfad führt hier lang. Das konnte ich eigentlich alle mit hier mal hochzuhnen. Der Pfad führt hier unten, Leute. Feste und zerstört. Ein Kugelshaar zu. Oh.